Es ist der 9. Februar 2019. Ich bin heute in Rimbach, Gemeinde in Mosenning, Kreis Dingolfing-Landau. Im November 2017 trat bei dieser E57 in Rimbach ein Defekt auf. Bei der Abstimmung, die ich vor gut einer Woche gestartet habe, dachten jeweils 25% dass es sich um eine ECI oder eine SES handeln würde und die restlichen 50% denken, dass es sich um eine E57 handeln wird die jetzt im Kirchturm installiert ist. Wir werden es in gut 5 Minuten sehen. Das результат. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Hier sehen wir noch die Reste der E57 Mehr ist davon nicht mehr vorhanden Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020